Federn und Bäume, Sequenz 4 Halt der RT, um sicher durch Bäume zu laufen. Vor allem durch Bäume. Oh, voll cool. Oh, voll cool. Wow, voll cool. Der Staat, die ihr doch dann in der Kniegfrage, dipped in einem Szene an. Und du hast es, wenn sie die Safeceğinchen oder in der Kniegfrau sie schnitten. Und du hast es, du hast es nicht gefallen. Die Zeit, was sie zunehmt? Nein, du hast es. Die Zeit, die ich habe, der in der Kniegfrau berührt. die wir uns verraten. 보다VIe sogar schon mal geflogen. du hast es ist, Wenn es so, dann in der Nähe und die Nähe und die Nähe und die Nähe und die Nähe. Aber was es? Wenn die Nähe der Nähe und die Nähe sind. Also, ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr als Kind zu vermitteln. So haben Sie ja auch noch die Nähe und die Nähe? Ich glaube, wir werden uns in der Nähe und die 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 Nähe. Schon cool, wie er da im Baum hängt. Okay, wir dürfen den Boden nicht berühren. Mal sehen, ob wir das schaffen. So, jetzt genau umgucken, wo wir lang müssen. Hier kommen wir zum Beispiel gar nicht weiter. Ach doch. Ja. Ich finde die Musik immer in der Grund sehr schön, deswegen bin ich mal kurz ruhig. Was ist das? Was ist das? Ach komm, für was bist du für ein Loser? Okay, ich sollte ihn nicht als Loser bezeichnen. Ich könnte das natürlich auch nicht, aber trotzdem. Da ist ein Indianer, der muss das können. Ich habe die Musik, wo ihr euch nicht seit. Ich habe den Film. Ich bin aus dem Film. Ich bin aus dem Film. Es ist das, was ich in den Film. Ich bin aus dem Film. Ja, ich bin in dem Film. Ja, ich bin aus diesem Film. Nach dem Jahr später, sagt Gott selber. oder nicht? Ich meine, immer sagen uns alle, wir sollen nicht das Tal verlassen. Warum eigentlich? Ist das schon so richtig reservatmäßig, dass die Indianer da nicht raus dürfen? Ist es etwa schon so weit? Wie komme ich... Ach, warte, hier glaube ich war das, ne? Genau. In dieser Felsspalte hochklettern. Und nach oben. Hallo Adler, ich glaube dir nur deine Federn. Keine Sorge, die Babys lasse ich trinken. Ist ja... Nein! Nein! Tod, spiel vorbei. Er konnte sie nicht erreichen, ne? Natürlich. Da war noch viel zu faul, Betten. Mal sehen, an welchen Bäumen kommen wir denn hoch? Kommen wir hier hoch? Ups. Der hat zu lustige Vorsprünge. Ah, sehr gut. Wusste ich's doch. Wie viele Federn brauchen wir? Wurde uns das irgendwo angezeigt? Ich hab nicht genau aufgepasst. So, da haben wir noch ein Federnest. Einmal. Okay, noch drei Stück. Da hinten ist noch irgendwo eine. Ich weiß noch nicht genau wo. Aber ich höre sie schon. Weiter oben. Geht's hier noch nach oben? Ich... Ach, da. So. Und wieder zurück, weil die andere Feder war nämlich in der komplett anderen Richtung. Ach, so durch Bäume springen. Das würde ich auch gerne können. Das ist voll cool. Hallo? Jeder? Moment. So. Eigentlich war das irgendwie die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Und dann da vorne. Okay. Tada! Alles geschafft. Und jetzt? Ach, da drüben wartet er. Natürlich. Wartet schön und lässt uns die Arbeit machen. Ist klar. Kommen wir über die Bäume zu ihm? Ja, so halb. Okay. So. Hallo, mein Freund. Was ist los mit dir? Ja, bin ich. Deswegen bin ich hergekommen. Was ist los mit der Bezirkung? Na, wenn du nochmal vorst, ist das? Ja, aber... Ich bin... Also, da drüben wartet. Da drüben wartet er. Ich bin, die drüben wartet. Ich bin, warte, blaser der Bezirkung. Ja, ich bin, warte. Dann sind mir, warte. Ich blase nicht hergekommen. Dann drüben warte ich. Ich bin, warte ich doch nicht. Ich bin, warte. Das finde ich schön. Die Güte der Natur mit der eigenen Navi dann. Das ist sehr schön gesagt. Sollte man sich heute vielleicht auch mal zu Herzen nehmen. So wie... Nein, falsch. Es ist etwas her, dass ich gespür... Ah, jetzt. Es ist etwas, was ich sage. Spuren? Ah, da ist eine Spur, okay. Wollt gerade sagen. So, warte. RB. Das war schon mal falsch gedrückt halten. Ähm. Nein. Falle. Sollen wir die hier? Ach ja, hier Handbree, okay. Und dann aufs Futter, oder? Das war fies. Da wollen die essen gehen und dann werden die gefangen und sterben dann. Das ist fies. Ich möchte niemals beim Essen sterben, bitte. Da ist irgendwie traurig. So, da freust du dich so richtig doll aufs Essen, hast du dir schön gemütlich gemacht und dann stirbst du. Ah, hier. So, was haben wir denn hier? Bären, ah nein, Blüten. Okay, also. So, Pfeilschüsse und Musketen machen das Fell kaputt, deswegen würde er es mit der Hand erlegen. Ein Hirsch. Oh, Moment, muss ganz kurz mich jucken. So. Da ist das Hirsch. Okay, wir können es mit einem Köder anlocken. Nein. Ja, komm her, kleines Reh. Komm schon. Komm schon. Oh, äh. Äh. Ich muss ja erstmal überlegen, welche Tasse das war. Okay, Schlinge überprüfen. Ich dachte, die nehmen alles mit und verwenden das komplette Tier, aber okay. So, mal sehen, haben wir denn in unseren Schlingen Häschen gefangen? Ich dachte, die werden nur bewegungsunfähig gemacht. Das Häschen sieht aber ziemlich tot aus. Er hat auch was gefangen. So, Köder und Fallen kombinieren, um ein Tier zu fangen. Okay, wir begeben uns erstmal auf einen Baum. Weil von da aus kann man viel besser Tiere ausmachen. Okay, das hat uns jetzt natürlich gehört. Hm, warte mal, kann ich? Ich gehe mal kurz runter. Moment, ich will was austesten. Ein Hirsch. Okay, wir wissen jetzt, wo der ist. Ich habe gedacht, wir können hier vielleicht eine Falle anlegen. Was haben wir hier? Ein Hase. Okay, wir machen hier mal eine Falle hin. Äh, so. Nein, getugt halten. Hm, der rennt weg. Schade, ich wollte was austesten. Okay, der Hirsch. Ist das der Hirsch? Das ist der Hirsch. Warte, ich teste mal was aus. Ich hoffe nur, es geht schnell genug, bevor er hier ist. Wenn ich hier jetzt... So. Und jetzt weggehe. Kommt dann jemand und wird von der Falle gefangen? Das Füchsi. Sorry, Füchsi. Das wollte ich tatsächlich vorhin auch austesten, als der Fuchs weggerannt ist. Jetzt wissen wir's. So, jetzt noch ein Luftattentat. Zwei Stück. Okay, wir brauchen nochmal zwei Rehe. Zum Beispiel da. Juhu! Oh, Entschuldigung. So, ein Rehe. Da ist noch kein Hase reingelaufen. Das ist wieder ein Fuchs. Ich geh wieder hier hoch. Da hinten ist noch ein Reh. Mal gucken, komm ich da hin? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020